keine neustartzone ok endkampf arena dann sollten wir ihn mal befreien den skin haben sie auch öfters benutzt könnte sein die antenne und sie wurden auserkoren sie klarzumachen verstanden ja verstanden aber das sind monster die täten uns john atmen sie tief durch und packen sie sich an den eiern und dann bringen sie das zu ende auch gut so erst mal die kleinen weg machen da unten ist noch ein gelber und dann kann man sich dem großen widmen hoffe ich doch gibt nämlich gut dass die einfach so die kugel weg stecken als wäre es gar nichts ich bin schon hier rück dich mal ich habe sogar noch neben zettel nebenbei das zeug um es leichter so die erzeugt zu dem anmarsch so von wo kommen die nächsten schon wieder Von da! Nice! das mit dem anmarsch damit falsche waffe ausgewählt hat aber trotzdem das noch einer da wird wahrscheinlich ein gelber oder so dabei sein die hat einfach mein ding kaputt gemacht ich glaube ich habe gerade schon der geschossen zwei haben wir noch auch da hoch noch einen roten der durch was gutes getroppt immer für diesen scheiß beleidigung seine mama alter nein nein du kommst nicht hoch hat ein fehler über erst mal nach oben gekommen in dem moment was macht er da unten wenn ich so weit weg das muss ich so weit hinterher rennen wenn ich den stoff holen will ich hoffe dass du fertig bist aber jetzt sind sie fertig und wir sind bestens versorgt in ihrer nähe sind keine feinde und wir schicken einen druck der sie abholt alles klar ja alles klar danke das war knapp gut job würde ich mal sagen das haben wir gut gemacht kommen wir jetzt ach so wir müssen die antenne benutzen das ist die antenne wir sind noch nicht fertig gut Alice ja fliege an der wand techflügel bisschen 1000 brauchen wir noch hey wir können techflügel ausbauen maximal ich würde mal sagen dann kehren wir mal zurück und bauen wir einfach mal den Tech-Flügel aus. Das wäre jetzt nicht das Erste, was ich gedacht habe, was ich ja bekomme, aber besser als nix. Und wir haben zwölf Sachen im Inventar. Erstmal das weg. Vergleichen. Weg. Davon habe ich die große. Vergleichend 4300 Scheiben. Gerne. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass wir jetzt wissen, was mit unserem Heli in Brooklyn passiert ist. Hören Sie selbst. Ich glaube, wir müssen unsere Übereinkunft abändern. Warum, Colonel? Bis jetzt funktioniert doch alles glänzend. Meine Leute unterstützen Sie mit Ihrer Ausrüstung und mit Informationen, die Sie sich vor sechs Wochen nicht hätten träumen lassen. Ich bekomme eine Operationsbasis, einen Platz auf der Gewinnerseite und bei Bedarf Zugriff auf Ihre personellen Ressourcen. Ganz zu schweigen von gelegentlichen Boden-Luft-Raketen. Oder haben Sie den Hubschrauber in Brooklyn vergessen? Hören Sie, meine Leute haben die Drecksarbeit erledigt, Bliss. Und meine Division-Vorgesetzten auszuschalten, nützt Ihnen genau wie mir. Keiner von uns wollte, dass ein Division-Mitglied eine zweite Welle von... Augenblick. Es knistert in der Leitung. Ist sie kompromittiert? Sieht so aus, ich unterbreche jetzt. Wagen Sie es bloß. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Wenn ihr euch fragt, was ich übrigens mache, ich markiere diese ganzen Sachen, weil wenn ich sie markiert habe, kann ich sie alle... Upp, kriege ich die ganzen Teile für. Ich verkaufe den Scheiß nicht mehr. Also, lohnt sich nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, schön war es hier. Bliss ist übrigens der, der diese Armee, diese Söldner-Armee, nach New York geschafft hat. Das ist das Problem. Ein bisschen was von der Story erfährt man über die Nebenhandlungen. Wenn man irgendwo Audio-Log oder so auffindet, also aufdeckt, dann erfährt man so ein bisschen was, wie das Ganze zustande gekommen ist und so. Das ist, ja... Das ist ein bisschen doof gemacht. Wenn du das Spiel nur spielst, dann ist es gut gemacht. Ich möchte euch aber jetzt noch nicht so viel vorne wegnehmen. Aber wenn du das jetzt so let's playst, wie ich es mache gerade, dann ist es echt doof. So. Jetzt zeige ich euch mal, warum ich die Sachen alle zerbaue. Weil ich bin mich dazu übergegangen, die Sachen mir nicht mehr zu kaufen, sondern mir zu craften. Lassen Sie sich nicht um die Ecke bringen. Und dann gehe ich nämlich hier hin zur Fertigungsstation und kann dann nämlich hier unten mit diesen niedrigen Sachen höherwertige machen. Guck mal, ich habe 60 blaue Elektronikteile. Da habe ich nicht so viele, weil es mir eine Waffe gekraftet hat. Und irgendwann kann ich mir dann tatsächlich gelbe machen, wenn ich dann irgendwann gelbe Blueprints habe. Aber ich habe noch keine gelben Blueprints. Ich habe aktuell nur blaue und ein paar lila. Das ist zum Beispiel die Waffe, die ich mir zuletzt jetzt gecraftet habe. Die habe ich auch im Inventar. Schnellsturmmaske. Waffe 26. Ah, der Unterschied ist nicht allzu groß. 460 habe ich angelegt. Das ist nichts Gutes dabei. Da muss ich noch ein bisschen in die Darkzone und ein paar Blueprints. Das war zum Beispiel was. So. Und anlegen. Und dann habe ich bessere Knieschone. Haben wir hier noch irgendwas? Ich hätte gerne ein blaues Sniper-Wizier, aber... Dann kommt das da. Dann geben wir jetzt kein unsinniges Geld aus. So. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Sehen Sie sich an. Was würde ich denn für die Waffe bekommen? Ich hatte gehofft, was verkaufen zu können. Schusswaffen höher zu kriegen. Mh. Eine gute Frage. Nächste Frage. Ich muss unbedingt da eine Mod reinsetzen, um Schusswaffen höher zu kriegen. Habe ich nichts. Fuck. Hat der Mod-Verkäufer vielleicht was, womit ich die Schusswaffen höher kriege? Sollten Sie mein Angebot sehen? Näh. Näh. Schade. Naja, ich brauche irgendwas, um Scheiß-Schusswaffen höher zu kriegen, damit ich endlich diesen... einen... Perk dann nutzen kann. Dieser ist eine Talent von der Waffe. Hey, das sollten Sie sehen. Wollen wir mal so lange das drauf. Obwohl wir mittlerweile echt viel Stoff haben. Stoff brauchen wir eigentlich erst mal nicht. Waffenteile brauchen wir. Waffenteile. Also wir müssen Waffen, 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 Waffen mit Kräften. Oder finden und zerstören. Suchen und zerstören. So, Tech-Flügel. Ladies and Gentlemen, Tech-Flügel auf... Ich glaube 100% haben wir den jetzt. Ich glaube da war noch eins, was wir freischalten müssen. Fehlen noch zwei. Neue Fähigkeit, neue Fähigkeit, neue Fähigkeiten können angelinkt werden, okay. Kommunikation. Was ist denn jetzt freigeschaltet? Da hinten. Nice. Ja, es war nicht das, was ich als erstes eigentlich freischalten wollte, aber wenn wir schon mal dabei sind. Oh ja, eine Analyse-Spezialeinheit, die sich um die verschwundene erste Welle kümmert und den coolen Technik-Kram repariert. Ich kann es kaum erwarten, das Zeug in die Finger zu kriegen. Vermisst der Agenda 12 von 20? Krass, das ist schon so viel, dass man das nicht mehr erkennen kann. Gut, dann gucken wir mal an die Fähigkeiten rein. Individuelle Fähigkeiten, jawohl. Genau. So, steigert den Anwender und einverbindende Hilfe und eine Chance auf kritische Treffer. Ah, das kann man dann mit L1, R1, okay. Talente. Vorteile. Wandelt der Visionstech-Anfertigungs- in der Anfertigungsstation in anderes mit? Oh, okay. Sammelt ständig Elektronik-Anfertigungsmal im Tech-Flügel, okay. Eins haben wir da noch. Erweitert das Lager um 10 Plätze. Gut, das Lager. Nutz' ich gar nicht. So, wo wird denn das gesammelt? Einmal da. Eine Elektronik, super. Lohnt sich ja richtig. Ein Werkzeug. Lohnt sich ja. Leider sammelt sich das nicht, wenn ich es nicht abhole. Also ich muss es immer einmal abholen, damit es immer wieder neu ist. Sonst wären jetzt hier 20 oder 30 dran, weil ich das jetzt schon eine Weile nicht mehr abgeholt habe. Das ist schade. Das Operationszentrum für die Dark Zone wird uns beim Plan von Ressourcen und Operationen helfen. Gute Arbeit, Agent. Und danke. Ups, Entschuldigung. Beinahe gerülpst. Ähm. Machen wir mal die Waffe neu an. Einfach mal Neon-Grün. Tja, wenn dir das ja nicht auffällt, dann weiß ich auch nicht. Gut, meine Lieben. Ähm. Waren jetzt eher kurze Folgen, muss ich sagen. Ähm. Aber ich mach jetzt mal einen Cut. In der nächsten Folge werden wir uns, oder in den nächsten zwei Folgen wahrscheinlich, werden wir uns den einen von denen nehmen. Ich denke immer, dass wir die hier machen werden. Bla, 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 bla. Aber nicht so viel. Äh. Wir werden wahrscheinlich das machen. Ich werde da schon mal bei Schnellreise hingehen. Und dann... Beobachte die südliche... Ja. Also. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge wieder. Wenn es heißt, Let's Play The Division hier auf meinem Kanal. Vielen Dank. Bis morgen. Ciao. Ciao.